Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir haben ein neues Voice-Over für euch und zwar geht es diesmal um die Starfarer. Die wurde uns in einem Walkthrough und vielen In-Engine-Bildern im Holiday-Livestream vorgestellt. Hier sieht man jetzt also erstmal Still-Pictures, in diesem Fall von den Crew-Quartieren, also so wie die Crew dort schlafen wird in der Starfarer. Alles in-Engine gecaptured, das heißt, es ist alles dort. Ebenso das vom Käpt'n, was man jetzt gerade sieht, das gehört alles zur Käpt'ns-Kajüte. Sie erzählen dabei, dass sie eigentlich dachten, die Starfarer wird ein kleines Schiff für zwei Leute, sehr einsam als wirkliche Starfarer im wahrsten Sinne im Universum unterwegs. Und sie ist viel, viel größer geworden, als das ursprünglich geplant war. Hier sieht man jetzt einen Blick des Laderaumes, so wie er dann sein wird, jetzt noch leer, wie sie auch betonen. Man sieht, wo die Container in Zukunft dann hinkommen und man sieht auch, was das Ganze für ein Ausmaß hat. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großes Schiff geworden, die Starfarer jetzt. Und eben stellt, wie man jetzt auch im Externen sieht, einen nächsten Schritt dar in der Entwicklung. Wenn man jetzt genau hinguckt, für die Waffenfans unter euch, sieht man zum Beispiel an der Schnauze die Zwillingswaffen dort dran sind. Das sind Ballistic Cannons von Behring, riesengroße Kanonen, also sie wird ordentlich austeilen können. Allerdings eben nur nach vorne und mit dem Turm hinten. Das bedeutet, man hat hier kein Kampfschiff, sondern wirklich einen richtigen Trailer und der entsprechend für diese Refueling Options gemacht ist. Außerdem sieht man hier jetzt ganz interessant, das sind die Luftschleusen bzw. Ankleidekammern, in denen man sich die EVA-Anzüge anzieht. Denn wenn man die Betankung ausführt, dann wird man nach draußen gehen müssen. Das bedeutet, man wird wirklich tatsächlich draußen am Schiff die Schläuche verbinden müssen und dafür gibt es eben diese Umkleidemöglichkeiten. Ja und von dort aus gehen wir jetzt direkt in den Walkthrough. Wir sehen hier die Brücke vor uns als allererstes. Ja, die Starfarer ist auch noch in einer anderen Form besonders und zwar ist sie das Schiff, was das Design von Misk ausmacht, das heißt von Musashi Industries. Da ist die Starfarer sozusagen wirklich tonangebend für dieses Design, das heißt hieran wird der Stylegate ausentwickelt und man sieht es hier an der Brücke auch schon. Die Ähnlichkeit zur Freelancer ist ganz, ganz deutlich jetzt, wo wir die Freelancer auch im Spiel haben. Wir sehen also einen Co-Piloten, einen Co-Piloten sitzen dort hinten, sind zwei Plätze zum Beispiel für das Energiemanagement und Schildmanagement. Wie gesagt, die Betankungsvorgänge selbst muss man händisch vornehmen, das heißt das wird ein spannendes Unterfangen jedes Mal. Und von der Brücke aus geht es dann in den ersten Teil, der zur Brücke hinzufügt und da sind die Escape Pots angebracht. Also das, was man hier an der Seite sieht, sind deutlich bezeichnet, die Escape Pots, die sozusagen direkt dazu führen können, dass die Brückencrew sich im Notfall auch evakuieren kann. Die Developer sagen gleichzeitig, dass es jetzt sich tatsächlich um ein In-Game, also das heißt wirklich In-Engine-Footage handelt. Allerdings ist es tatsächlich immer noch unter Construction, man wird das gleich auch sehen, da gibt es immer noch Bereiche, die noch nicht fertig ausgeblockt sind, die noch nicht designt sind, wo dieses Bild jetzt zum Beispiel, was man im Hintergrund sieht, dieser Raum ist eben noch nicht fertig, ist aber immerhin schon mal als Gang verfügbar, sodass man einen Eindruck bekommt, wie man jetzt von der Brücke und dem Raum dort hinter in die Cargo-Area kommt. Und die ist riesengroß. Also man sieht es hier in den Stillshots, habt ihr es auch schon gesehen, das hat gigantische Ausmaße. Es ist tatsächlich so, dass sie es im Video jetzt mit den Ausmaßen des ursprünglichen ersten Arrowview-Hangas vergleichen. Der hatte in etwa die Größe vom Laderaum der Starfarer. Also das ist tatsächlich sehr, sehr massiv, das Ganze. Die Developer scharzen auch schon darüber, dass sie sagen, es ist sehr, sehr witzig, wenn man sich vorstellt, dass das irgendwann alles mit Containern voll ist und darin dann ein Feuergefecht ausbricht, was Ben Lesnick nicht so witzig findet, wenn man überlegt, dass man auf einem Tankschiff sich befindet. Von dort aus geht es jedenfalls direkt weiter und da kommen wir jetzt auch nach draußen hin. Besonders interessant hier sind natürlich die Fuel Tanks, da kommen wir gleich nochmal hin. Jetzt sehen wir erstmal in der Außenansicht, wie groß und massiv dieses Schiff tatsächlich ist. Man findet das MISC-Design auch überall jetzt wieder von außen gesehen und man sieht, es ist ein tatsächlich großer Koloss, den wir da vorgesetzt bekommen. Ja, hier nochmal die Fuel Tanks. Dazwischen wird es dann, wie gesagt, so einen Catwalk geben, der ist jetzt noch nicht vollständig fertig, aber der wird die verbinden und dann wird man von außen tatsächlich diese Fuel Tanks ansteuern können. Also für die Betankungsaktionen wird das bestimmt eine sehr spannende Aufgabe dort draußen. Und Ben Lesnick fragt jetzt nochmal aus großer Besorgnis nach den Escape Pods, denn es scheint ihm wichtig zu sein, dass man schnell aus dem Kahn rauskommt, wenn er denn explodiert. Und hier sind sie angebracht, direkt hinter der Brücke, eben sechs Stück, die direkt vertikal nach oben rausschießen. Gepanzert auch von den beiden großen Schulterblättern sozusagen an der Seite, soll es eben der Crew ermöglichen, dass sie ganz schnell das Schiff verlassen kann, wenn es denn keine andere Möglichkeit gibt. Ja, von dort aus gehen die jetzt weiter zur Freelancer und wir werden uns an der Stelle verabschieden. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. War eine kurze Episode, aber wir werden trotzdem immer weiter dranbleiben und gucken, dass wir euch solche Episoden als Voice-Over liefern, damit ihr auch alle Informationen mitbekommt. In diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Und natürlich, wenn ihr uns ganz besonders unterstützen wollt, schaut doch mal bei unserem Patreon-Profil vorbei. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao und see you on the Flight Deck.